Schau einfach nach vorn, das wird schon wieder besser. Kennst du auch solche Ratschläge? Endometriose ist eine chronische Erkrankung und sollte unbedingt als solche verstanden werden. Trotzdem berichten Betroffene immer wieder von Ratschlägen und Tipps dieser Art aus dem Umfeld. Das führt dazu, dass sie sich wenig verstanden fühlen. Die gute Nachricht ist aber, es gibt Behandlungsoptionen und du bist nicht allein. Auf unserer Webseite findest du Informationen und hilfreiche Kontakte.